Okay, ich habe mich gestern bei Co-op ein bisschen Porkloin gekauft, die waren on sale, die waren in Dollar 990, und von der hier bei Ströckland, Manitoba, Rancho Wana Vista. Ich nehme an, dass alle das schmalte loskneiden, die ich dort ausbroden, und dann, wenn ich ein bisschen extra schmal kriege, und dann, wo ich nehme an, was von der Porkloin verschneiden, und ein bisschen Spice machen, ein bisschen Pulver, ein klein bisschen Schissnick-Pulver, Papier, und ein bisschen Salz, damit wir durchrehen, und dann, wo uns das so fein rausbraten, und dann, wo wir eten mit Schaubeln und Ries. Ja, und wenn wir bei uns dann ein bisschen schwingliche Tötig merken, im Grob ist, und so wieder, zum eten merken, dann muss ich immer Butter abhärten. Und hier bei Ströckland, Manitoba, Rancho Wana Vista, wo wir dann das Butter abhärten, und dann haben wir immer das Butter. Ja, und hier haben wir den Kron, und ja, dann haben wir immer das Butter, zum abhärten, wir haben hier nicht Propane oder Gas, zum Butter halten wir. Und dann, wo wir dann auch, dass es steht. Okay, das ist, ich sage, ich habe mir ein Porkloin gekauft, das ist ein bisschen Schwingfleisch. Ich werde alle das Schmalte losschneiden, und dann, da ich das ausbraten, da kann ich ein bisschen extra Fad haben. Und jetzt habe ich das alles aufhärten Reicht, das wo ich kein Mäßchen wird zu eten, was Chicharrones ist. Das wird vielleicht ein Mäßchen sein, als Chicharrones, das habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Fleisch zu tun. Also, wo dann hier, hier habe ich dann das Fleisch, wieder ein bisschen Fleisch dran geschnitten, mit Pulver, mit Peper, ein bisschen Salz und mit Chisnickpulver. Und dann, ein bisschen Chilipulver, das wird ja heute essen, und dann wollen wir uns das hier mit den Brünen brüten. Nun haben wir das Schmalt hier, von all das Schmalt aufbrüten. Und dann muss ich einfach da das. Ich kann hier in den Disco, wo ich den Lassweitz war, dann reinmärken, oder ein bisschen küren. Und ja, nun, wenn es das Fleisch hier sei, ich kann gut abbrüten, und dann ein bisschen mit Choblen und gebrüten Reis, das ist das, ich könnte Lassweitz. Und da habe ich alle von Unka sehen, vielleicht haben wir ein bisschen Tartiers dabei. Aber ja, das Lass eigentlich ganz gut liegt. Hier ist dann das Schmalt, das habe ich aufgeschnitten. Von dem Porkloin habe ich ausgebrüten, und das ist eigentlich sehr für den Reis. Da liegt dann ein bisschen Salz, und das ist mit Chicharrones. Wenn es gleich gaut, wenn nicht, dann kann ich die Hünder geben. Ja, ich legte ein bisschen was zu essen. Und dann, hier haben wir dann das Fleisch. Die Hünder dann schmalt, was da ist immer geblieben. Und nun, wir haben das sehr fern reich gebrüten. Und dann haben wir das zu essen mit Choblen und Reis. Ich glaube, das ist sehr schön, ich meine. Das fangt uns sehr schön zu recken. Ich denke, ein bisschen Oregano mag. So, da ist ein bisschen Peper, und Chesnickpulver. Und, äh, Salt und Oregano. Und, äh, ja. Da hat direkt Säureschein über, wenn es da lohnt, bis Säurefeinbrünenbrüten. Und dann ist das Reis. Da sitzen wir. Das fangt uns gut geworden. Ich kann hier, was, äh, fern reichen, gut ist. Das hat keine Säde. Und, äh, da hat Wernig immer so, äh, Disco. Das hat so fern Schrot zum Glück ist. Warte, goe, erst da kann ich hier ein bisschen an der Säde nehmen. Und, äh, da war noch ein klein bisschen länger. Das hat fern goe, erst. Und, äh, ich wollte das nicht mehr, äh, Carnitas ist in Mexiko daun oder Barbacoa daun. Äh, das hat so fern daun. Ja, ich kann da ein bisschen Spices machen. Und dann hat ich fern goe, erst da, wo wir Schoblen und Reis taun eten. Und dann, äh, haben wir, äh, und dann haben wir, äh, und dann haben wir, äh, unsere Carnitas rein. Perkloin mit, äh, all die Spices, was ich gesagt habe. Fern reich und, äh, goe, und dann fern wir, äh, rutschappen. Und dann haben wir, äh, Schoblen und Reis abgeworfen. Dankeschön. Und, äh, und, äh, das wird so fern, äh, mit diesem Disco. Äh, das Fleisch ist gut, das haben wir hier ein bisschen in der Seed. Das ist ein bisschen hecker. Und dann, äh, hier haben wir die Schoblen. Und dann, äh, mit dem, 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 äh, hier drücken, mit dem, äh, wir wollen nicht so viel Fad brauchen. Wir wollen nicht fad wollen, aber, ja, wir wollen ja hier ein klin Geschwisterstät. Und der ist die habe doch, das, äh, weiß ich echt nicht, was die macht, gemerkt. und ja, mit so einem Disco dann haben wir so viele Gelegenheiten, das Fleisch hier in der Südhahn, das bleibt warm das ist hier ein bisschen hecker, und dann hier unten die Schöbeln, checken wir mal da, und nun haben wir hier ein bisschen rieffried beans, fricholes, rief fritos ja, und dann der Ries, die äh, das ist auch so, das war auch so ein bisschen warm, und dann, äh, war wir dort an der Schiebe, und dann lächst wir rein zum Eten aber ja, klar, das hat mir was ich gemacht Okay, dann lächst wir rein zum Ebenkast Eten Okay, hier wird das, was wir nennen, Carnitas, hier auf dem Ströcklohn äh, Rosal-Amerikana und, äh, fricholes, rief fritos, mit das frische Brot in der Schöbeln und dann haben wir hier noch eine Tartiste, und hier haben wir ja äh, 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 Peper-Schalten Oh, ja, das ist ein bisschen warm und wenn ich dann frisch, dann, wunsch das, was ich auch aber ja, hier haben wir Carnitas und das ist klar, ich kann meine Tartiste, ich kann meine Tartiste mal ein bisschen Schöbeln und das ist ein bisschen zu stecken hmm, hmm das ist ein bisschen das ist ein bisschen ich habe ich gerade noch, dass sie einfach dass ein bisschen Schöbeln mit dem Tartiste nachher oder bei einer Pärin mit einem Sprache nachher was wir bieten, wenn es das Brot ist das ist ein bisschen, mit einem Salz und ein bisschen, äh garlic und, äh oregano und ein bisschen Pappen ein bisschen Salz zu machen das ist ein bisschen, wir haben hier die Butter dort schmeckt bloß wirklich schön ganz schön also für jeden ich dankbar zu sagen schmeckt bloß gut merkt dadurch